So, es ist ein bisschen was passiert, Silage ist fertig, wir werden jetzt verkaufen fahren, den ganzen Blödsinn. So, da werden wir uns auch Hilfe anschicken. Ja, fertig ist es eben, weil der liebe Frank eben auch schon in der Zwischenzeit gespielt hat. So. So, jetzt geht's, haben wir nicht angesteckt. So, und dann werden wir eigentlich schon zum Hexeln beginnen. Beginnen. Das wird, glaube ich, so fahren. Jetzt nichts auf der Straße, wo er holen muss. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mitten im Weg So... 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 Da ist auch noch viel Silage eigentlich drin. Silage aber wirklich einen guten Preis ist hier mit 3,77. So, dann möchte ich das aber jetzt wirklich mal probieren hier. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020